Hey Leute und herzlich willkommen zum dritten Tag der Neon-Woche, der Neon-Pets-Woche. Freunde, heute dreht es sich um den Volpertinger. Ich bin auch so gespannt, wie der in Neon aussehen wird. Ich glaube, den haben schon wahrscheinlich einige in Neon, weil der ist ja ziemlich schnell zu machen. Der ist ja nur in Anführungszeichen common. Common, meine ich, common. So, ich bin jetzt gespannt, wie sieht das aus. Und, ja, ja, doch, ziemlich cool. Ich muss schon sagen, der Volpertinger, also der Volpertinger, der ist super. Also schaut mal hier, schön die, oh, oh, das sind die Ohren, ne, die Ohren. Und so das Fell unten, das sieht schön gelb aus und gelb-weiß sieht super aus. Ich muss sagen, der gefällt mir ziemlich gut. Ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Tschüss.